1, 2, 3, 4 Hier ist er, der Bormann, der Lehrer aus Berlin, und singt ein Freiheitslied. Yeah! Warum tut er denn das? Ja, weil die Freiheit immer schon einer der größten Träume der Menschheit war. Und wir mit diesem Lockdown nur Probleme kriegen, Depressionen und so. Und wir träumen von unserer Freiheit. Das ist das Licht am Horizont, das ist der Silberstreif, das ist das, was uns am Leben hält. Das ist die positive Energie, die uns zusammenschweißt, das Ende des Lockdowns. Das ist das Licht am Horizont. 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 Oh, go down Moses, way down Egypt's land. Tell old Pharaoh to let my people go. I spoke the Lord, but Moses said, let my people go. If not, that's might your firstborn stay. Let my people go. Oh, go down Moses, way down Egypt's land. Tell old Pharaoh to let my people go. Oh, tell old Pharaoh to let my people go. Tell old Pharaoh to let my people go. Tja, wir möchten Freiheit. Wir möchten keine App. Wir möchten keine Maske. Wir möchten auch nicht einsperrt werden. Go down Moses, way down Egypt's land. Tell old Pharaoh to let my people go. Ciao. Tja, nice. Vielen Dank.